Bei einem Arbeitgeberverband denkt man zuerst an die Bilder aus dem Fernsehen. Nach einer langen Sitzung bis in den Abend hinein verkünden Herren mit ernsten Gesichtern das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Arbeitgeberverbände leisten aber viel mehr, so auch die Unternehmerverbände an Rhein und Ruhr, die in diesem Kerngebiet aber auch bundesweit über 700 Firmen zu ihren Mitgliedern zählen. In dieser Gemeinschaft befinden sich Unternehmer aller Branchen und Betriebsgrößen. Die Fragestellungen, mit denen ich als Unternehmer und ich denke auch viele andere Kollegen auf den Unternehmerverband zugehen, sind natürlich in erster Linie im Bereich des Personalrechts, des Arbeitsrechtes, des Sozialrechtes und der Personalentwicklung, aber verstärkt auch Fragestellungen im Bereich der Organisationsentwicklung und der Betriebsorganisationsabläufe. In der Tat profitieren Sie im Unternehmerverband von fünf zentralen Leistungen. Den Mitgliedsunternehmen steht unser Team aus neun Rechtsanwälten zur Verfügung. Die Juristen sind Experten für alle personalrechtlichen Fragen und vertreten Sie als Arbeitgeber vor Gericht. Rechtssicherheit geben wir Ihnen auch bei Arbeitsverträgen, Kündigungen, Betriebsvereinbarungen, Sozialplänen oder Einigungsstellen. Unsere Fachleute gestalten innovative Flächentarifverträge für Sie, denn wir haben den verfassungsrechtlichen Auftrag, mit der Gewerkschaft Tarifverträge zu gestalten. Ebenso erhalten Sie bei uns auch maßgeschneiderte Verbands- und Haustarife. Ihnen bleibt aber stets die Wahl, ob Sie mit oder ohne Tarifbindung vertreten werden wollen. Entgelt, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, diese flexibel und zukunftsweisend zu gestalten, ist Sache unserer Verbandsingenieure. Sie unterstützen die Betriebe dabei, leistungsorientierte Gehälter einzurichten, Schichtpläne zeitgemäß aufzubauen und Arbeitsplätze neu zu organisieren. Zudem erarbeiten unsere ausgebildeten Demografieberater für Sie zukunftsfähige Personalkonzepte. Als einzelner Unternehmer kann man Entscheidungen des Gesetzgebers in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik kaum beeinflussen. Deshalb vertritt der Unternehmerverband die unternehmerischen Interessen in Politik und Verwaltung. Damit die Standpunkte der Wirtschaft auch gehört werden, bringt unser Journalistenteam diese mit einer gemeinsamen Stimme in die Öffentlichkeit. Über die Presse, die Verbandszeitung Unternehmen sowie über Internet und Newsletter. Der Unternehmerverband bündelt die Stimme der Einzelnen und bringt hier ein ordentliches regionales Gewicht für die Unternehmer ins Feld. Und ich denke, das macht hinreichend Grund, sich auch persönlich in den Unternehmerverband mit einzubringen und sich zu engagieren. Geschäftskontakte lassen sich über unsere 5000 Ansprechpartner bundesweit knüpfen. Geschäftsführer, Fach- und Führungskräfte sowie Personaler kommen regelmäßig zusammen. Etwa bei Foren, Unternehmertagen oder Business Breaks. Einen lebendigen Erfahrungs- und Wissensaustausch gibt es auch in unseren Arbeitskreisen Personal, Tarifpolitik, Berufsausbildung, Arbeitswirtschaft, IT und Öffentlichkeitsarbeit. Die fünf weiteren regionalen Arbeitskreise Schule, Wirtschaft und unsere Schulprojekte fördern die Berufsorientierung. So ist der Nachwuchs besser auf die Arbeitswelt vorbereitet. In unserer Gruppe haben sich sechs Unternehmerverbände zusammengeschlossen. Drei von ihnen sind regional aktiv. Der Unternehmerverband Metallruhe Niederrhein ist ein Tarifträgerverband. Mitglieder sind zum Beispiel Maschinenbauer, Anlagentechniker oder Werften. Branchenübergreifend tätig ist der Unternehmerverband Ruhe Niederrhein, der ein allgemeiner Arbeitgeberverband ist. Der Unternehmerverband Mühlheimer Wirtschaft ist ein lokaler Wirtschaftsförderungsverband. Bundesweit tätig sind die weiteren drei Verbände. Der Unternehmerverband Industrieservice ist ein Tarifträgerverband. Der Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung gestaltet die Arbeitsbedingungen seiner Mitglieder mit und ohne Tarifbindung. Zu diesem Verband gehören Krankenhäuser, Pflegeheime oder Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Der Unternehmerverband Dienstleistungen ist ein allgemeiner Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung. Seine Mitglieder kommen zum Beispiel aus dem Messebau, dem Facility Management oder aus dem Bereich der industriellen Dienstleistungen. Mitglied im Unternehmerverband kann jede handelsregisterlich eingetragene Firma werden. Auf die Größe kommt es dabei nicht an. Wir haben 80 Prozent mittelständische und auch viele kleinere mittelständische Unternehmen. Und nur 20 Prozent machen die großen Konzernunternehmen aus, wie etwa Thyssenkrupp, Siemens oder Hitachi. Der Sitz der Unternehmerverbände ist das Haus der Unternehmer in Duisburg, das zugleich ein modernes Tagungs- und Kongresszentrum ist. In unseren 17 Räumen bieten wir auch Seminare für Fach- und Führungskräfte an, stets ausgerichtet auf Ihre unternehmerische Praxis. Ihr Unternehmerverband – ein moderner Dienstleister für Arbeitgeber.